Was haben Fußballvereine und charismatische Gemeinden gemeinsam? Das heißt, die sind ganz stark fleischlich ausgerichtet, wobei der Fußballverein ganz offen Fleischlichkeit praktiziert, da laufen irgendwelche Leute aufgeblasener Luft hinterher und dann jubeln andere Leute denen zu, wenn die die aufgeblasene Luft zwischen irgendwelchen Pfosten hindurchbuchsieren. Das ist eine reine Fleischlichkeit, völlig sinnlos eigentlich, außer natürlich für die, die auf dem Platz Sport treiben, mag sein, dass die das fit hält. Paulus schreibt ja an einer Stelle an Timotheus, dass die leibliche Übung wenig Nütze ist. Das heißt, sie ist nicht unnütz, aber sie ist wenig Nütze. Und insofern im Fußballverein die Fleischlichkeit, die körperliche Übung ist wenig Nütze. Immerhin ist sie etwas Nütze. In der charismatischen Gemeinde nun ist es so, dass da doch oft junge Menschen sind, die nicht klarkommen mit ihrer Fleischlichkeit und die das irgendwie in ihrem Gehirn umformen hin zu einer Pseudogeistlichkeit. Das heißt, die machen da fleischliche Sachen, die gar nichts mit dem Geist Gottes zu tun haben, sondern die machen da im Grunde ihr eigenes Ding. Damit will ich nicht sagen, dass charismatische Gemeinden keine christlichen Gemeinden sind, sondern ich will einfach nur sagen, dass die Menschen dort unreif sind. Denn der reife Christ hört auf die Stimme des Heiligen Geistes, die eine leise Stimme ist, die keine aufdringliche Stimme ist. Eine leise Stimme ist die Stimme des Heiligen Geistes. Und die wird allzu oft in charismatischen Gemeinden dann doch abgedeckelt, indem fleischlichen Begierden hinterhergelaufen wird mit lauter Musik und irgendwelchem Rummel, aber auch mit Lehren, die das Fleisch befriedigen. Ich habe da schon vor längeren, es gibt da ein Muster, ich habe das in Deutschland erlebt, dass dann den Gemeindemitgliedern gesagt wird, ihr in Deutschland, ihr seid zu etwas Besonderem bestimmt. Der Heilige Geist Gott hat mit euch etwas Besonderes vor. Da liegt ein Segen und ein Auftrag auf Deutschland. Und das Gleiche habe ich jetzt dieser Tage, als ich einen österreichischen charismatischen Gottesdienst verfolgt habe, auch mitbekommen. Da wurde gesagt, auf Österreich liegt etwas ganz Besonderes, ihr könnt ihr etwas ganz Besonderes erwarten. Ich kann nur eins sagen, das, was ich da vor 20 Jahren in Deutschland gehört habe, davon ist heutzutage gar nichts zu spüren. Was zu spüren ist in Deutschland und überhaupt in der ganzen westlichen Welt, ist der Verfall der Endzeit. Was ist zu tun? Nun ja, ich habe es ja schon gesagt, wir müssten als Christen auf die leise Stimme des Heiligen Geistes hören. Das ist der Weg. Eigentlich mache ich diese Videos hier für Nichtchristen. Wenn du ein charismatischer Mensch bist, der vielleicht jetzt zu diesem Video aufgrund des Themas gestoßen ist, dann schau dich mal um im Videokanal hier und sende Videos an Ungläubige. Es gäbe gar keine Gemeinde mehr, keine charismatische Gemeinde, aber auch keine, die treuer ist und auf die Stimme des Heiligen Geistes klarer hört, wenn nicht dieser eine Auftrag wäre, das Evangelium in der Welt zu verkündigen. Gemeinde ist dazu da, dass die Botschaft von Jesus Christus in der Welt zur Kenntnis genommen wird. Wenn Jesus Christus am Kreuz gestorben wäre und auferstanden wäre, er hätte seine Jünger entdrücken können damals. Diese relativ kleinen Schafen, einigen Tausend, die damals seine Anhänger waren. Er ist ja zum Beispiel 500 Brüdern, schreibt Paulus, erschienen nach der Auferstehung. Er hätte sie entdrücken können, aber die Gemeinde hat einen Auftrag. Der Heilige Geist wurde Pfingsten gegeben, damit das, was Jesus Christus, Gottes Sohn von vor aller Zeit am Kreuz getan hat, in der Welt bekannt wird, sodass Menschen ihn, Jesus Christus, als Herrn und Retter annehmen und so das ewige Leben erhalten. Die Sündenvergebung, mit Sünden gelangen wir nicht in das Paradies. Deshalb wurde Jesus Christus Mensch, damit zeitliche, geschöpfliche Menschen in das Paradies gelangen können. Deshalb gibt es die Gemeinde. Daran kann man übrigens die Gemeinde überprüfen. Steht schon in der Bergpredigt an ihren Früchten, werdet ihr sie erkennen. Frage dich also, wenn du in einer Gemeinde bist, wird die Botschaft von Jesus Christus nur im inneren Zirkel gesagt? Oder wird der Auftrag, der letzte Auftrag, geht in die ganze Welt, verkündigt das Evangelium, den Menschen draußen gesagt, den Ungläubigen, mit denen man echte Schwierigkeiten bekommen kann, weil die wollen nichts von Jesus Christus hören. Deren Führer ist der Teufel und deshalb gibt es die Schwierigkeiten. Und diesen Schwierigkeiten aber möchten sich viele Gemeinden oder Menschen in Gemeinden, Christen nicht aussetzen. Deshalb sagen sie das Evangelium nur untereinander. So aber ist das nicht gemeint. Also, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Gemeinden sind nicht dazu da, um die Fleischlichkeit zu stimulieren, mit lauter Musik und Tralala und Rummel und irgendwelchen Lehren, dass dann was Besonderes sei, sondern in der Demut des Herrn sollten wir sagen, unnütze Knechte sind wir, unnütze Sklaven. Und wenn wir überhaupt irgendetwas Gutes tun in unserer Unnützlichkeit, dann durch den Heiligen Geist. Sende ein Video aus dem Kanal an einen Ungläubigen. Das ist dann schon mal eine gute Maßnahme. Hört ihr die vielleicht an? Kannst mir auch Hinweise schicken, was ich besser machen kann oder wo Irrtümer vorliegen. Der Mensch ist ja ein Mensch. Ich bin auch im Fleisch. Irrtümer können vorliegen. Danke, wenn du das tust. Wenn du ungläubig bist, eigentlich mache ich dann für dich dieses Video, damit du Jesus Christus als Herrn und Retter annimmst, den Heiligen Geist erhältst, die Sündenvergebung erhältst, die Führung in das Paradies erhältst. Das ist der Zweck dieser Videos. Es gibt keinen anderen Weg der Rettung. Gottes Sohn von vor aller Zeit, durch den Gott alles geschaffen hat, Zeiten, Räume, Welten, alles hat Gott durch Jesus Christus geschaffen. Er, Jesus Christus, wäre nicht Mensch geworden in der Zeit, um die Sünden der Menschen zu tragen, wenn es irgendeinen anderen Weg der Rettung gäbe. Gemeinde ist dazu da, genau das den Menschen zu sagen, diesen Weg der Rettung darauf hinzuweisen. Tu das, wenn du Christ bist. Wenn du kein Christ bist, dann entscheide dich hier auf der Stelle für Jesus Christus als deinen Herrn und Retter in einer echten, freien, kindlichen Herzensentscheidung und du wirst den Heiligen Geist erhalten. Du wirst Führung fruchtbar durch den Rest deiner Zeit erhalten, je nachdem, in welchem Maße du die Gaben des Heiligen Geistes annimmst. Am Ende geht es durch die Wand des Todes in das Totenreich Hadeschiol. Dort hast du den Totenschlaf, die Totenruhe. Ganz am Ende findet die Auferstehung statt und du als Kind Gottes, wenn du rechtzeitig in deiner Lebenszeit und sei es auf dem Sterbebett in der Sterbensminute Jesus Christus als deinen Herrn und Retter angenommen hattest, stehst auf in einem weißen Gewand, in einem eigentümlichen Glanz und so wirst du an diesem letzten Tag, dem Tag der Auferstehung, durch das Endgericht hindurchgewunken. Denn für dich als Kind Gottes ist da nichts mehr im Endgericht irgendwie abzuwarten. An Urteil deines Sünden hängen am Kreuz, da ist nichts mehr abzuurteilen. Du wirst hindurchgewunken durch das Endgericht in das Paradies. Dort werde ich dich sehen spätestens und werde mich freuen. Gottes Segen. Amen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!